Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen bei den XAP Bros. Ja, Leute, neuer Tag, neue News, XAP News, XAP Deutschland. Die Familie ist wieder mal vereint, Luis. Es ist nun mal so, hier, Smashcam aufgesetzt, hier, X. Wir sind wieder mal vereint, Leute. Und Familien kuscheln, der Familie ist wieder mal am Start. Fehlt nur noch Olga, da machen wir Dreierkuscheln hier. Ja, wo ist er, ne? Abgesehen davon. Ja, der Johnny Deaton wollte heute was posten. Wird was kommen? Er hat schon mal was gepostet. Drei Hinweise, die der heute schon mal gepostet hat. Schauen wir uns an. Und wenn im Laufe des Tages etwas kommt, kommt es morgen am Wochenende. Werden wir es natürlich euch auch mitteilen. Abgesehen davon, Whipple hat schon über 200 Millionen Dollar jetzt in den Rechtsstreit investiert. Bezahlt sozusagen für Anwälte etc. Schauen wir uns auch an und vieles mehr. Wir wollen auch nicht lange rumzögern, rumstattern, Luis. Um uns zwei und vor allem die Familie XAP Deutschland zu unterstützen, würde ich einfach mal sagen. Wir abonnieren alle diesen Kanal. Drücken auf, gefällt mir. In diesem Sinne, rein in die Olga. So Leute, in jeder unserer Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Bitwavo. Einfach, sicher und mit Paypal Kryptos kaufen. Meldet euch über unseren Link an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 Euro sind gebührenfrei. Ja, starten wir direkt mit den News und zwar Whipples Rechtskosten steigen immer weiter und Asien empuppt sich als sicherer Hafen für Kryptowährungen. Aber ich würde sagen, wir gucken uns hier nur die Rechtskosten an und zwar die Anwaltskosten von Whipple steigen in Mitte der regulatorischen Kampfes mit der SEC auf satte 200 Millionen US-Dollar Leute. Und da soll mal jemand sagen, dass Whipple eine Firma ist, die keine Zukunft hat, wenn ein Unternehmen wirklich in einen Bärenmarkt unter anderem 200 Millionen US-Dollar nur in Anwaltskosten, in Gerichtskosten reinhaut. Das ist wirklich sowas von unglaublich. Und während der Zeit immer weiter expandiert und immer weiter Leute einstellt, immer weiter ihre Systeme ausweitet und natürlich auch die Partner immer krasser werden. Ja, Louis, sie könnten auch die 200 Dollar schon längst der SEC geben. Die hätten mit Kusshands schon angenommen und die Sache wäre vom Tisch. Aber das mit Wertpapier wollten wir klären. Wir haben es quasi schon geklärt. Jetzt fehlen nur noch Kleinigkeiten, dann ist die Sache auch vom Tisch. Ich erwarte auf jeden Fall Großes dieses Jahr noch von Whipple. Ja, und obwohl Whipple einen kritischen Fall gewonnen hat, also wie gerade schon erwähnt, der Teilsieg ist ja schon da. XRP ist kein Wertpapier, also keine Security. Und zwar steht es vor der Herausforderung in einem feinseligen regulatorischen Umfeld in den USA. Also es bleibt noch spannend, wie es jetzt da weitergeht. Die explodierenden Rechtskosten von Whipple sind natürlich wirklich mit 200 Millionen US-Dollar schon eine richtig große Hausnummer. Und in jüngster Zeit gewann Whipple einen bedeutenden Fall gegen die Security and Exchange Commission, das Urteil verfügte, dass die meisten XRP-Tokenverkäufe von Whipple keine Wertpapierangebote waren. Dieser Sieg war sowohl für Whipple als auch für den breiten Kryptosektor ein betrachtlicher Triumph und hatte einen hohen Preis. CEO Brett Garlinghouse gab kürzlich auf einer Konferenz in New York bekannt, dass die Anwaltsrechnungen des Unternehmens auf etwa 200 Millionen US-Dollar eingestiegen sind. Und diese exorbitanten Kosten unterstreichen soweit den teuren Charakter von Rechtsstreitigkeiten als auch einen intensiven Showdown zwischen dem Krypto-Universum und einer anhaltenden, antagonistischen SEC. Ja Leute, es ist wirklich nicht nur ein Kampf zwischen Whipple und der SEC. Wir haben es in den letzten Jahren immer wieder betont. Es ist ein Kampf zwischen der ganzen Kryptowelt und der SEC für regulatorische Klarheit und vieles weiteres. Und das, was Whipple bis jetzt schon gemacht hat und diesen kurz vor Abschluss, werden die anderen Kryptowährungen auch noch haben. Und ja, viel Spaß wünsche ich euch alle. Wir sind natürlich auch in andere Kryptowährungen und andere Projekte investiert. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß und hoffentlich haben wir bald alles vom Tisch. Und dann schauen wir, wir schauen nach vorne, Luis. Das ist das Wichtige. Ja, man muss erwähnen, XRP, die einzige Kryptowährung, die dann reguliert ist, also mit regulatorischer Klarheit, die Anwendung finden kann, wo große Institutionen das dann ganz nutzen können. Als wenn das alles ein kleiner Zufall ist, dass dies alles ein bisschen in die Länge gezogen wird. Ja, Luis, dein Onkel, der Johnny Deaton, hat wieder mal vor ein paar Tagen am Montag schon was rausgehauen, dass er am Freitag was ankündigen wird. Heute ist Freitag. Ja, bis jetzt kam nichts. Aber er hat schon so kleine Hinweise jetzt schon gepostet gehabt. Was sagst du dazu? Und zwar drei Stück auf einmal, also drei Hinweise auf einmal, um die Spannung noch mal ein bisschen zu erhöhen. Wie du gesagt hast, heute wollte er was raushauen. Und zum Kontext, Deaton twitterte Anfang dieser Woche, dass wenn alles klappt, heute am 22. September eine große Ankündigung machen wird. Ja, und viele aus der Community baten denen, Deaton Hinweise zu geben, die ihnen helfen könnten, sich auf sogenannte große Ankündigungen vorzubereiten. Bemerkenswert ist, dass der Deaton schließlich drei Hinweise gab, nachdem Jungle Inc. 2.0, ein prominenter XRP-Enthusiast, einen Hinweis auf die Ankündigungen angefordert hatte. Und in seiner Antwort merkte der Pro-XRP-Anwalt, dass sich die große Ankündigung um ein Bild dreht, das er an den Tweet angehängt hat. Ja, das ist der Bild, Luis. Er sitzt so anscheinend im Wohnzimmer, sitzt er am Tisch und hat da auf jeden Fall Papiere in der Hand. Jetzt wird natürlich spekuliert. Und der Jungle, sein Kumpel, hat unbedingt danach gebeten und er hat gesagt, ach, weißt du was, dem Jungle muss ich einfach mal nachkommen. Ja, Sina, sagt er hier oder nennt er hier direkt drei Punkte. Das Foto unten, die XRP-Ledger und das ETH-ICO. Also er sagt hier das Foto unten, das Foto sehen wir, dass der irgendwas mit Papier hat. Der hat anscheinend irgendwelche Dokumente, Papiere, dies, das. Ähm, lese ich aus dieses Bild. Ja, XRP-Ledger, da ist irgendwas am Laufen. Und ETH-ICO, aha, vielleicht ist da doch was mit ETH, vielleicht will der ETH anklagen. Er hat vor ein paar Tagen schon etwas gepostet gehabt mit so einem Schlagring. Viele sagen, ja, irgendwas hat der vor. Der junge Mann hat noch nie diese Kette mit dem Schlagring angehabt. Ja, was hat der vor? Wir wissen es nicht, Leute. Es ist auf jeden Fall sehr mysteriös, was der vor hat. Aber auch mit den XRP-Ledger, ne? Das ist für mich auch sehr bullig. Hier finde ich es nochmal sehr witzig. Wenn ich eine KI fragen würde, was auf dem Bild zu sehen ist, ist die Antwort oder wäre die Antwort eine Legende, die sich den, äh, ja, aufreißt. Ne, also finde ich nochmal ganz witzig. Hier, der Deaton, der hat wieder irgendwas im, äh, ja, irgendwas ist wieder im Busch. Irgendwas hat er vor. Und ich hoffe, dass heute wirklich noch die große Ankündigung kommt, dass wir, äh, ja, euch alles berichten können. Spätestens morgen werden wir euch alles berichten. Wir halten auf jeden Fall die Ohren offen. Er hat ja noch, letzte Wochenende oder so hat er ja noch gepostet, da man, äh, weiß ja nicht genau wann, ähm, dass er mit ETH, das Interview, was der gemacht hat, mit der korrupten Sache und, und, und. Und das ist alles so, gerade so mysteriös, Leute. Ich will es unbedingt aufwissen. Ich habe schon jeden aufgefordert und jeden, den ich kenne, habe ich gesagt, hey, bitte gib mir alle Hinweise. Und wenn ihr Hinweise habt, was der posten wird oder ob ihr irgendwelche Hinweise habt von den Johnny Deaton, einfach nur her damit, denn wir sind da hinterher. Wir wollen uns unbedingt aufdenken, was er veröffentlichen wird, ob das irgendwas Krasses ist oder irgendein Bluff ist. Das ist natürlich die Sache. Der Johnny Deaton, schön und gut. Am nächsten Wochen ist die Big Party von Whipple und darauf warten wir die ganze Zeit. Das ist die Ankündigung wert, Leute. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was da abgehen wird, ne? Und dann, äh, sei der Johnny Deaton nicht genug, Luis, hat dein anderer Onkel auch etwas heute gepostet gehabt? Da wollte ich noch sagen. Ja, und hier haben wir ein Statement oder, wie gesagt, eine Nachricht von den größten Krypto-YouTuber aus Amerika. Der gute Ben Armstrong zitiert die Prognose eines Anstiegs von XRP um 17.359% auf 89 Dollar in der Bullensaison. Ja, auf jeden Fall wild hier die Prognose oder gesagt, das Statement hier, zitierte Statement von dem Ben Armstrong. Es ist auf jeden Fall wild mit den 89 Dollar, aber Leute, ich wollte es nochmal gesagt haben, weil einige checken das nicht, ne? Einige sehen nur den Titel oder die Videobeschreibung und dann sagen die, äh, warum erzählt die hier rum, dass 89 Dollar passiert und sowas alles. Wir lesen nur vor, was große YouTuber, was große Persönlichkeiten rund um Whipple XRP sagen und wir teilen das mit euch mit. Um das mit euch zu teilen, müssen wir das natürlich vorlesen und hier mit euch mitteilen. Wir haben keine Glaskugel, Leute. Keiner, auch der Ben Armstrong, aber auch die besten Trader der Welt können nicht irgendwelche Preise vorhersehen. Deswegen, ähm, wir beurteilen natürlich solche Dinge. Ähm, wir sprechen darüber, wir lesen solche Sachen vor, aber, äh, ganz klar, das ist keine, keine, äh, verbindliche Aussage und macht natürlich, wie immer gesagt, eure eigene Recherche, Leute. Wir haben ja vor ein paar Tagen Wall Street Memes gemacht, Ende des Videos. Und viele haben gesagt, ja, Wall Street Memes, schön und gut, aber wir brauchen was Neues. Meme Combat ist was Neues, Luis, und ich wollte dazu sagen, das ist irgendwie ein Meme Coin, mit dem du auch ein bisschen spielen kannst und vieles mehr, okay? Gewinne machen kannst und, und, und. Und deswegen wollten wir das kurz mal euch mitteilen und euch davon erzählen. Ja, Meme Combat ist eine völlig neue Spielplattform, die für alle Enthusiasten gedacht ist. Vom aktiven Wetten bis zum passiven Einsatz gibt es Prämien für alle Nutzer. Also hier nochmal, wie Sinan gerade gesagt hat, ein Meme Coin Projekt, ein neues Meme Coin Projekt, äh, wieder in der Pre-Sale-Phase. Für alle, die wieder gefragt haben, für alle, die, ja, sich gerade für diese Projekte interessieren. Wir sagen es immer wieder, es ist auch immer wichtig zu erwähnen, gerade bei Meme Coins, die Gewinnchancen sind sehr, sehr hoch, aber die Verlustchancen sind auch sehr, sehr hoch und in den meisten Fällen sogar noch deutlich höher. Deswegen guckt euch die Projekte selber an und geht da nur mit gewissem Geld rein, was man natürlich immer verlieren kann. Wir sagen es immer wieder, wir haben immer unsere eigenen Theorien, 80, 20, 90, 10er Theorien, wo man einfach wirklich mit Kleingeld, mit Spielgeld in solche Projekte reingeht, solche Projekte tradet und versucht, da immer auch große Gewinne mitzunehmen, gerade in diesen ganzen Meme-Hype-Phasen, die wir aktuell haben. Jeder sucht den neuen Meme, den neuen Moonshot, sage ich mal. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Projekt, was auf jeden Fall auch sehr Potenzial hat, gerade in dem Bereich, eine große Community, sage ich mal, wieder aufzubauen. Ja, eine Funktion ist einmal das Wetten und quasi kann jeder seine Wetten platzieren. Wetten im Meme Combat. Meme Combat bietet verschiedene Wettmöglichkeiten, um die Teilnehmer auf verschiedenste Weise einzubinden. Wetten sind ein wesentlicher Bestandteil des Meme Combats Erlebnis und ermöglicht es es den Benuttern, strategische Positionen in Kämpfen einzunehmen, unabhängig davon, ob sie direkt teilnehmen oder von der Seite hinaus zuschauen. Also hier haben wir wirklich Möglichkeiten, gegeneinander zu spielen, Wetten zu machen, also get on the action, join the battle and choose your victory. Ja, wie gerade erwähnt, soll es nicht nur darum gehen, zu kaufen, zu tauschen, sondern wirklich soll es darum gehen, diesen Meme Combat einzusetzen und quasi auf diese Kämpfe zu wetten, um ja eine Chance auf große Gewinne zu haben und ja auch Preise zu gewinnen. Ich werde es auf jeden Fall jetzt verfolgen, Luis, hier ist übrigens das Team und für jeden, den es interessiert, wir werden es natürlich unter dieses Video verlinken und wir werden das jetzt die nächsten Tage auch verfolgen. Eventuell ist das was Cooles und wir werden es auf jeden Fall verfolgen und euch mitteilen, wie es läuft. Ich würde einfach mal sagen, Leute, um uns zwei und vor allem die Familie XAP Deutschland zu unterstützen. Abonnieren wir alle diesen Kanal, drucken auf, gefällt mir. Ja, schreibt mal in den Kommentaren, was ihr zu den News sagt, was denkt ihr, haut Johnny Deacon heute raus. Ja, werd auch du ein Teil unserer Instagram, Telegraph, TikTok-Seite, Leute, in diesem Sinne. Bye, Leute. Like den Kanal und bleib mit uns auf ewig hier verbunden. Im Kryptosektor sind wir alle Sändler oder Kunden. Der Kryptosektor hat genug Benzin in seinem Tank. Sina-Luis-Bio-Doppel-Z sagt von Herzen Dank. Ich bin der Kryptosektor-Seite. Ich bin der Kryptosektor-Seite. Ich bin der Kryptosektor-Seite. Ich bin der Kryptosektor-Seite.